Vergiss alles, was du über das Verkaufen jemals gelernt hast, denn Verkaufen ist die Essenz davon, einem Menschen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Reihenfolge so zu präsentieren, dass er von ganz alleine selber darauf kommt, dass er das braucht, was du anzubieten hast. Ich wiederhole es. Verkaufen ist einem Menschen, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort so zu präsentieren, dass er von alleine darauf kommt, dass er das braucht, was du anzubieten hast. Hör auf, Menschen aufzwingen zu wollen, was du anzubieten hast. Hör auf, Menschen die Lösung zu präsentieren. Hör auf, es für selbstverständlich zu nehmen, dass jemand von ganz alleine versteht, glaubt und weiß, was du verstehst, glaubst und weißt. Hör auf, zu glauben, dass Menschen das sehen, was du siehst. Deine einzige Aufgabe in diesem Kontext besteht darin, genau das so zu transportieren und zu vermitteln. Denn die stärkste, verbindlichste Entscheidung, die von einem Menschen kommen kann, ist die, die er von ganz alleine getroffen hat, basierend darauf, dass er selbst zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er sich dorthin bewegen möchte. Weil zu Beginn ist derjenige hier an dem Punkt, wo er glaubt, er braucht nichts, er hat keinen Bedarf, er weiß nicht, wie auch immer. Und du möchtest ihn hier hinbringen. Und deine Aufgabe ist nicht, ihn hier zu nehmen und dort drüber zu zerren, was die meisten versuchen im Verkauf zu tun, sondern einfach nur Informationen zu geben, immer wieder Informationen zu geben, dass er von ganz alleine dahin kommt, von ganz alleine dorthin kommt. Und du in dem Sinne einfach nur die Hand gehalten hast, was das angeht. Das ist auch Verkauf, aber ich will es dir mal einfach aus einer ganz anderen Perspektive mitteilen. Der Hintergrund dahinter ist der, weil ganz viele mich immer wieder fragen, Nick, wie vermittle ich jemandem, dass ich das nicht umsonst mache? Neben dem offensichtlichen Fakt, dass du Zeit investierst, dass du Geld in deine Weiterbildung investiert hast, ja, und dass du auch von irgendwas leben musst, außer Luft und Liebe, brauchen wir nicht darüber zu reden, dass du nichts in diesem Kontext umsonst machen solltest. Auch wenn manche so frech sind zu fragen, ja, mach es doch für eine Umsatzbeteiligung oder mach es doch mal für einen Gratismonat und zeig mir mal, wie es geht und wie es funktioniert. Geht es darum, dass du an diesem Punkt es nicht geschafft hast, deinem Gegenüber alle Informationen so zu präsentieren, dass er von alleine darauf kommt, dir in die Arme zu fallen und zu sagen, wo warst du vorher? Warum wusste ich es vorher nicht? Weil Fakt ist, wenn du einen Kunden nicht überzeugt kriegst, ist die Chance sehr hoch, dass jemand anderer, der weit erfahrener ist im Verkauf oder ich diesen Kunden überzeugt kriege, sogar noch viel mehr Geld zu investieren, obwohl ich ihm tendenziell sogar weniger liefern werde, als du bereit warst, das zu tun. Und das hat vor allem auch mit deinen eigenen inneren Überzeugungen der Art und Weise, wie du an dich und das, was du machst, glaubst zu tun. Und das wird mit der Zeit besser, umso mehr Erfahrungen du gesammelt hast. Aber fang an, eine viel, viel bessere Bedarfsanalyse zu betreiben. Das bedeutet, erstmal von alleine hochzugehen in die Vogelperspektive und dir deinen Interessenten anzuschauen, was hat er für Themen, was siehst du, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Gleichzeitig diese Informationen zu nutzen und gezielte Fragen zu stellen, um herauszufinden, auf welchem Bewusstseinszustand ist dein Gegenüber überhaupt? Sieht er das ähnlich wie du oder nicht? Um dann zu ermitteln, welche Fragen und auch welche Aussagen du tätigen solltest, um dein Gegenüber mit dir auf eine Linie zu bringen. Auf einen Stand zu bringen, wo ihr euch beide einig seid, dass das Sinn macht, miteinander zu arbeiten. Das war es auch mit diesem Video. Klick unten auf Gefällt mir, abonnier den Kanal, wenn du mehr davon wissen willst. Und wenn du erfahren möchtest, wie auch du eine erfolgreiche Agentur aufbauen kannst, klick unten auf den Link. Dort kannst du dir ein kostenloses Training ansehen. Bis dann, dein Nick. Ciao.